Nö, Armbrustschützen weg. Da ist Munition. Bistole Munition. Wo stehst du denn? Loll! Loll, direkt vor zwei Typen. Ich versuch gerade, mich um die Armbrustschützen zu kümmern. Ja, und nicht mal erst die Typen hier weg. Da ist wieder einer! Oh, jetzt kommt er... Alter! Fickt euch alle! Oh, oh. Loll! Ich sterbe. Ich kann nicht mehr. Du musst mich retten. Ja, ja, ich muss erst die Typen da wegmachen, oder? Nein, ich verliere immer mehr Schleben! Ich bin tot. Hammer, jetzt habe ich gerade vorgedrückt. Am Arsch! Sie sind tot. Hammerhöhle, ey! Keine Munition mehr. Loll. Ich bin hier zurück. Okay, jetzt habe ich wieder Munition. Sie können die Schätze verkaufen. Loll. Na, ist der Diamant bringt 4000. Ja, also erst mal die Schätze verkaufen, oder was? Dann kommen die Waffen da aufbessern, oder? Na mal. Hätte ich mich mal noch heilen können, ey, scheiße. Dann nehme ich nochmal die Granaten mit. Oder eine zumindest. Ne, habe ich nicht mehr. Ich kann bei der MP5 nur nach Ladegeschwindigkeit und Durchschlagskraft erhöhen. So, mir geht jetzt nicht mehr bei der Ladegeschwindigkeit. Ich muss auch meine Ladegeschwindigkeit machen. Feuerkraft oder Ladegeschwindigkeit bei der Shotgun. Feuerkraft. War mal nice, ey, wie die jetzt 300 Schaden macht. Alles klar. Dann fertig. Hoffentlich, wir haben ja Kontrollpunkte. Das müsste ja eigentlich dort in der Hüde sein. Ja, das wäre öde, wenn wir von vorne anfangen mussten. Ja, okay. Hammer geil, das ist aber mit voller Munition. Ja, gut, dass wir uns immer mit übergelassen haben. Hm. Alter, die haben Dynamitstangen. Von hinten kommen da irgendwelche. Wie kommt die denn von hinten? Okay, kümmer ich mich an, von vorne. Hier ist Gewehrmunition. Hinten in dem Gang. Ja, okay. Wenn die... Dann höre. Der hab ich von hinten genommen, Christian. Was machst du denn? Dann kam der da irgendwo rund besprungen. Ich hatte die eigentlich immer. Zumindest umgemacht. Alter, halt. Die Schwäder am Sack. Nein, nicht noch laden. Noch von denen. Alter. Jawoll. Nein, nein, nein. Die ist leer. Alter, die Viecher sind total übel. Das war da oben, ist wieder einer. Den hole ich mir. Bam! Da liegt, ähm... Das Tor-Munik. Ja. Alter, hab ich mal eben fett 30 Munition hier weggeballert, oder wie? Loll! Da oben ist wieder einer. Warte. Mein Part. Patsch! Nice. Aber da haben wir mal gut was vorballert hier, ja. Das war auch fucking heavy. Vor allem, wie viele von diesen komischen Penis... Penis Penitrator-Booms-Zombies da ankamen, ey. Kletter mal schon mal hoch. Hier unten ist noch was. Eine Granate. Eine Blendgranate, hm. Hm, vielleicht hätten wir die auch gebrauchen können. Schrottgewehr, juhu! Noch mehr Schrottgewehr, juhu! Ja, das hab ich eben auch leergeknallt. Hm. Hier ist Gewehr. Von da bist du gekommen. Okay. GPS nicht verfügbar. Hier ist grünes Kraut. Und Pistole Money. Ich hab eins, eins gemischte, eingemischtes noch. Ich hab zwei gemischte noch. Mach, ich benutze mal eins, weil ich bin ziemlich im Sack. Ich kann jetzt Partner heilen. Nee, nee, nee. Mach mal, mach mal in dem Menü benutzen einfach. Direkt. Wie clever. Warum bieten die sowas denn nicht dann an, beide heilen, ähm, schweiz? Na guck mal, hier kann man weit überspringen, aber im Markt kann ich hier nix überspringen, wo die eine Truhe war, oder wie. Ist das für ein Mist. Oh, oh, hätt ich nicht reingehen sollen. Jetzt gehen wir doch mal da nach oben. Jetzt gehen wir uns wieder auf den Sack. So, das war von wo denn? Also, da in dem Minenschacht, als ich da reingelaufen bin, der kam halt her, aber ist das der gleiche wieder hinten? Kein Plan, schau mal mal. Da ist einer. Ah, mit einem Molotow-Kox, der hat Dynamit. Das ist sehr gut. Kann man nämlich auf die Beine schießen, oder so, dass das Fiel angebummst wird? Ja, oder so. Ich glaube, da hilft echt Schrotflinter am besten, oder? Ja, wenn die einmal liegen, dann ist das ganz okay. Ja, ich würde sagen, das ist der sehr begann. Oh, lol. Au! Lava! Dynamit! Lol. Ich wollte gerade sagen, rennen. Wie typen denn jetzt? Alter, jawohl. Du kriegst fett Dynamit in die Fresse. Ja, warte mal. Ich glaube, das hatten wir jetzt mal nötig. Weck mir ja Marsch, ey. Jetzt fahren wir wieder nach oben. Mhm. Dann müssen wir wieder GPS haben. Hoffentlich. Was machst du denn so gelb? Sonnenuntergang. Ah, ja. Juhu! Gewärmen und ein grünes Kraut. Grünes Kraut, das ist gut. Ein rotes wäre mir lieber, ich habe nämlich nur ein halbes grünes. Hast du was zu noch? Mhm. Ich glaube, ich habe noch ein gemischtes. Hey, da ist er ja. Oh, you must be Irving. Wow, perceptive, aren't you? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum-terrorists. Oh, I'm not like them. Ich hab' den nicht Hardy genannt. Oh, das ist nicht gut. Hä, lol? Oh, oh Gott. Jawoll. Das ist ne Olle. Ja, guck doch mal, wie viel Schuhe an hat, Junge. Oder auch, wie die... Wie die aussieht. Was ist das denn für ein Penner, ey? Das muss ne Frau sein. Oder ein Transvestit. Oder das. Ja, jetzt ist doch fair, zwei gegen zwei. Oh, hier ist ein Sniper. Quatsch, Pistolen Munition ist hinten Hier ist ne Dragunov Loll, weiß Hier ist grünes Kraut Gib mir mal eins Welches willst du denn? Warte mal Oh ne, ist schon gut Ne, kombiniere die mal lieber Wie, ich kann die nicht kombinieren Loll, da schießt ein Maschinengehör auf uns Ich kann dir das Ding auch nicht geben, gerade Da schießt ein Maschinengehör auf uns Ja, warte, das mach ich Wo ist es? Okay, ich seh's Bam! Läuft, bam! Headshot Staud Ist ja noch was Loll, die kommen jetzt von hinten Ja, die sollen herkommen Stroll Munition hat der Getroppt Juhu Ich geh mal nach unten Na, hier ist noch so ein Tyree Der ist tot Ah ne, doch nicht Bam! Jawoll! Das war der Double Move schlechthin Maschinengewehr Munition Alles Hat der Amir jetzt schon wieder ihre Scheiß Haben die sich wieder neu da besetzt, oder was? Hä, wo müssen wir denn lang? Ich schätze mal, wir müssen raus, aber So, wir sind ja Die Karte ist auch nicht verfügbar Natürlich ist da jetzt wieder ein neuer Spaß dran Ja, knall dir mal ab, ich geh mal raus Er ist weg Bleib mal da oben Ist euch vielleicht gar nicht schlecht Wenn ich ein Stückchen vor bin, kannst du ja nachkommen Dann kann man nicht irgendwo die Luft anhalten Loh, ich hab Deckung Cool Loh, der ist da von oben Ach, du hast ihn gekillt Na, ich schieße Die Dragon of Sky Muss ja nicht nachladen Loh, da ist wieder einer in dem Alter Da ist wieder einer in dem Mg Nicht mehr Ist noch was bei dir? Ich seh ganz hinten rechts noch zwei Ich versuch mal zu dem Maschinengewehr zu kommen Wenn ich da bin, kannst du ja nachkommen Ja Da kommen zwei Ja Bist du da hinten durch die Tür gegangen, oder was? Unten Unten? Ach, komm, ey Fick dich Moment, hier ist noch so ein Zettel, den wir lesen müssen Warte mal So ein Dokument, was steht denn da? Sieht wie eine Nachricht aus Lass Plagers mögliche Mutationen im Körper Unwahrscheinlich, aber Beweisen sind aussagekräftig Verkaufsgücklichkeit Schwäche bei hellem Licht Problems sofort angehen Okay Templer Alter, schießt du auf mich? Nein Mhm, ich seh genau, dass du an dem Ding bist Achso Ja, Hammer Jetzt wo ich an dem Ding gekommen bin, natürlich kein Typ mehr Also hier draußen ist clear Hier ist ne rote Pflanze Ja Ja, da war ich noch nicht gucken Und ne Schatztruhe Und ne Schatztruhe Hammer geil Hat mal geil Einen fetten Brillanten bekommen Ja, ja, das war ich noch nicht zu cross Ich hole mal Ich hole mal Ich hole mal Ich hole mal Okay, ich hole mal